Die Rheinebene zwischen Schweizer Halle und Augst ist die grösste Landreserve des Kantons Basel-Land für ein städtebauliches, zukunftweisendes Entwicklungsprojekt. Das Entwicklungsgebiet umfasst gegenwärtig eine Baulandreserve von 60 bis 70 Hektaren und liegt in der Rheinebene zum grössten Teil auf Brattlerboden und nur zu einem kleinen Teil auf Augsterboden entlang dem Rhein. Dieses Bild zeigt das Siegerprojekt eines Wettbewerbs, der vom Regierungsrat 2001 durchgeführt wurde. Ziel ist die Ansiedlung von Firmen mit hoher Wertschöpfung, die Schaffung von etwa 4'000 Arbeitsplätzen und attraktivem Wohn- und Erholungsraum für etwa 3'000 Personen. Das Siegerprojekt diente als Basis für den kantonalen Richtplan, der 2011 vom Landrat genehmigt wurde. Die Nutzungsplanung wurde bereits im Jahr 2007 von der Gemeinde Brattln aufgenommen. Die Planungsarbeiten der Gemeinde sind bis heute noch nicht abgeschlossen. Im Moment läuft die Mutation Zonenvorschriften Salina Raurica. Der Planungsperimeter der Gemeinde Brattln reicht im Norden vom Rhein bis nach Süden an die Autobahn A2 und die SBB-Linie Brattln-Rheinfelden. Im Westen wird das Gebiet durch die Salinenstrasse und im Osten durch die Wielenstrasse im Brattler-Länge-Quartier begrenzt. Die grossräumige Verkehrserschliessung des Entwicklungsgebietes erfolgt durch den Kanton Basel-Land. Die SBB-Station Salina Raurica wurde 2008 in Betrieb genommen. Ferner wird die heutige Strasse entlang dem Rhein teilweise zurückgebaut und mit einer Strasse parallel zur Autobahn A2 ersetzt. Die Tramlinie 14 wird von der heutigen Endstation in Brattln quer durch das Entwicklungsgebiet nach Länge-Augst verlängert. Der Zonenplan sieht eine Aufteilung des Gebietes in drei Bereiche vor. Im Westen eine Zone für reines Arbeiten, das entspricht einer Gewerbe- und Industriezone, Grösse etwa 17 Hektaren. In der Mitte eine Zone für öffentliche Nutzungen, öffentliche Werke und Anlagen, Grösse etwa 10 Hektaren. Und im Osten eine Zone für Wohnen, Arbeiten und Längepark. Eine Zone mit Quartierplanpflicht, Grösse etwa 36 Hektaren. Die gegenwärtige Situation in diesen Zonen wird mit zwei Panoramen veranschaulicht, die mittels einer Drohne in 80 Meter Höhe über Grund aufgenommen wurden. Der erste Aufstieg der Drohne erfolgte in der Industriezone. Die Kamera ist im Aufstieg gegen Westen gerichtet. Dort baut gegenwärtig GOPS ein Verteilzentrum mit dem Nahrungsmittelbetrieb Sunray, der Weinabfüllerei Gav und Chocla Halba. Mit 80'000 Quadratmeter beansprucht dieses Bauvorhaben fast die Hälfte der Fläche der Industriezone. Es handelt sich um das erste Projekt, das im Rahmen von Salina Raurica realisiert wird. Allerdings entspricht es nicht den ursprünglichen Zielsetzungen, welche für Salina Raurica die Ansiedlung von Firmen mit hoher Wertschöpfung vorsehen. Entsprechend waren die Reaktionen bei der Bekanntgabe des Vorhabens vielerorts eher negativ. Sicher handelt es sich nicht um ein Leuchtturmprojekt, das weitere innovative Firmen hätte motivieren können, sich im Sinne einer Clusterbildung ebenfalls im Entwicklungsgebiet niederzulassen. Dem Rhein entlang ist die Rheinstrasse zu sehen, die heute stark frequentiert ist und an den Südrand von Salina Raurica verlegt werden soll. Nachdem nun die seltenen Kreuzkröten erfolgreich in ein Ersatzbiotop umgesiedelt wurden, kann die Zurlindengrube am unteren Bildrand für Bauvorhaben genutzt werden. Rechts ins Blickfeld kommt die Kläranlage ARA Rhein, welche die Abwässer der Industriebetriebe von Pratteln, Muttens und Schweizerhalle sowie die Abwässer von sechs Gemeinden reinigt. Vor der ARA Rhein entsteht die EBL Fernwärmezentrale, welche aus der Abwärme der Schlammverbrennung und der Verbrennung von Holz Fernwärme erzeugt. Hier eine 3D-Simulation der fertigen Anlage rechts im Bild. Blick auf Pratteln und die Fachmärkte ausserhalb von Salina Raurica. Die Verlängerung der Tramlinie 14 wird die Fachmärkte und Salina Raurica verbinden. Entlang der Autobahn ist die neue Umfahrungsstrasse zu sehen. Im Hintergrund Biersfelden und die Stadt Basel Der zweite Aufstieg der Drohne erfolgte zwischen der Zone für öffentliche Nutzungen und der Zone für Wohnen, Arbeiten und Längepark. Die Kamera ist im Aufstieg gegen Westen, gegen die Zone für öffentliche Nutzungen gerichtet. Am linken Bildrand ist das hellgrüne Dach der Biopower-Anlage zu sehen. Hier werden Bioabfälle zu Biogas-, Kompost- und Flüssignährstoffen verarbeitet. Rechts daneben ist wieder die Kläranlage ARA Rhein zu sehen. Seit ihrer Inbetriebnahme im Jahre 1975 fällt sie auf durch Perioden mit verstärkter Geruchsbelästigung. Solche Perioden gipfeln in der Regel in einer Entschuldigung und im Versprechen, dass Gleiches nicht wieder vorkommen werde. Im Oktober 2014 haben der Verwaltungsrat der ARA Rhein und der Regierungsrat entschieden, dass die Kläranlage an ihrem jetzigen Standort bleiben werde. Am rechten Bildrand ist die Anlage der Hartwasser AG zu sehen. Dieser pumpt das Rheinwasser auf das Niveau der Rheinebene. Es wird aufbereitet und fliesst dann in den Hartwald ausserhalb von Birsfelden, wo es versickert und als Trinkwasser für die Stadt Basel gewonnen wird. Die Kamera schwenkt jetzt auf das eigentliche Filetstück von Salina Raurica. Die Zone für Wohnen, Arbeiten und die Grünzone Längepark. Zu sehen ist hier die von Gewerbebetrieben und Logistikfirmen bereits überbaute Fläche von 125'000 m2, was etwa einem Drittel der Gesamtfläche entspricht. Jetzt kommt die noch unverbaute Fläche von 230'000 m2 ins Blickfeld, die vorgesehen ist für Wohnen und Arbeiten. Sie wird gegen hinten durch das Längequartier begrenzt. Zwischen der Wohnzone und dem Quartier wird der Längepark als Erholungsraum entstehen. Die ganze Zone untersteht der Quartierplanpflicht. Entsprechend ist der planerische Aufwand aufwendiger. Die Zone wird rechts von der Bahnlinie Bratteln-Rheinfelden begrenzt. Die hellgrüne Fläche zwischen Bahnlinie und Autobahn ist Grundwasserschutzzone. Entlang der Autobahn und unter der SBB-Fahrspur hindurch wird die neue Umfahrungsstrasse gebaut werden. Nach der Präsentation des Planungsgebietes Salina-Raurica aus der Luft noch einige allgemeine Bemerkungen zum Projektstand 2014. Nach einem kurzen Intermezzo im Mai 2014, wo der Regierungsrat die Entwicklung von Salina-Raurica an die Firma Losinger-Marazzi abgeben wollte, ist nun die Planungshoheit wieder bei den Gemeinden Bratteln und Augst. Die Gemeinde Bratteln führte am 23. Oktober 2014 eine öffentliche Orientierung über den Planungsstand von Salina-Raurica durch. Das Mitwirkungsverfahren dauert noch bis 8. Dezember 2014. Die nächsten Aktivitäten der Gemeinde Bratteln umfassen folgende Punkte. Besonders kritisch und zeitaufwendig dürfte die Baulandumlegung sein, die in der Zone Wohnen, Arbeiten und Längepark notwendig sein wird. Der Erfolg dürfte vom Ergebnis der Testplanung wesentlich beeinflusst werden. Die grössten Landeigentümer sind Roche, rote Fläche, Kanton Basel-Land, grüne Fläche und die Gemeinde Bratteln, graue Fläche. Weitere wichtige Fragen bedürfen ebenfalls noch einer definitiven Klärung. So ist es für Aussenstehende nicht ganz durchschaubar, wer geeignete Investoren sucht und auswählt. Ist es die Wirtschaftsoffensive Basel-Land? Ist es eine Privatfirma, z.B. Losinger Marazzi? Oder sind es doch die Präsidenten der Gemeinden Bratteln und Augst? Auch ist nicht klar, ob es Konzepte für die Auswahl geeigneter Firmen gibt. Wer tätigt notwendige Vorfinanzierungen? Salina Raurica hat schon längst regionale Konkurrenz erhalten, die äusserst erfolgreich operiert, wie z.B. Technologiepark Basel, Bachgraben, Alschwil. Bei Salina Raurica wird noch viel Wasser entlang dem geplanten Rheinpark fliessen, bevor das Projekt in seine praktische Realisierung geht. Hoffentlich gibt es auch positive Überraschungen.